Das Forscherhaus ist so das Haus der kleinen, jungen Forscher hier im Krefeller Zoo. Hier lernen sie zum einen natürlich viele, viele neue Zusammenhänge aus der Biologie. Besonders wichtig ist uns natürlich auch die nähere Betrachtungsweise, das heißt, dass die Kinder auch wirklich lernen, mit modernen Arbeitsmitteln die Tiere zu sehen. Und dazu gehören eben Binokulare und Mikroskope, die dann hier eingesetzt werden und unter anderem eben mithilfe der Firma Evonik angeschafft wurden. Hä? Sehe ich jetzt nicht mehr? Einen Käfer. Also zum einen ist, wir wollen natürlich gerne den Forschergeist von unseren Jungen und Kleinen fördern. Ja, das ist auch etwas, was uns unheimlich wichtig ist, auch für die Zukunft. Das Zweite sind, wir wollen gute Nachbar sein. Also wo wir können, engagieren wir uns auch gerne. Und Binokulare für ein Zoo anzuschaffen, gerade auch um junge Menschen zu begeistern, das ist uns sehr wichtig. Nachbar-Scheiße!